Aloi, Aloi, Küchel, da bin ich der erste Kunde auf meinem roten Kanal und bis zu ein bisschen in die Hohe. Heute spielen wir zusammen Project Fog, The Wounded. Ist so angelehnt, wenn mich nicht alles täuscht, an Silent Hill ist auf jeden Fall ein so ein Retro-PSX-Style, leicht pixeliges Game, so wie ich es liebe. Porto Talk, ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne es ja gar nicht machbar zu realisieren wäre. Vielen lieben Dank dafür. Wir schauen nochmal, Play. Den hinein in den Nebel. Ich liebe diesen Stil. Style. Oh shit, shit. I need to get inside the restaurant, quick. Quick, game over. Ja, wie renne ich denn? How can... Press space to back to the tile screen. Play. What the hell? Wie schnell muss man da sein? Ich krieg jetzt schon mal E. Er ist ja verwundet. Er ist ja wounded. Und ich lauf schon. Ich lauf schon. Vielleicht gelingt mir's jetzt, ne? Jetzt bin ich daneben gelaufen. Ach, da war die Tür. Wo ist denn... Wo renne ich hin? Wo lauf ich denn hin? Ich stepp... I am so silly. I am so silly. Ich lauf total falsch. Ich lauf von... Ich lauf gegen... Gegen die Wand. Ich hab gedacht, da ist die Tür. Aber jetzt lauf ich drauf zu, ne? Mance, get in quick. Yes. Oh, geil. Oh, I love it. Great. 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 Bist du okay? Das war knapp. Was ist hier passiert? Äh, äh... Wo ist... Was ist... So schnell kann ich nicht lesen, Leute. Ihr könnt euch das gerne selber lesen. Er schaut, was er mal... Was er findet. Um uns hier gleich zu helfen. Bin mal gespannt. Was ist noch jemand in der Wunder? Ah, ich bin super... Ah, jetzt geht's wieder das Perthold. Ah, ich bin helft. Ah, danke. Thanks again for saving me. Yes. Wo ist die Waffe? Ich bin ein Waffe. Ah, ich liebe es. Es geht halt zu schnell. Das komme ich nicht hinterher mit dem Lesen, überhaupt. Ja, das ist toll. Das wäre nicht, ja. Wer getan hat, der Rechner. Kann ich schießen, nur ich kann schießen, oder freilich. Ja, es sei ja klar. Ja, gib mir eine Waffe. Gib mir Waffe. Ja, er verlässt ihn selbst. Den Normen. Den Normen. Rettung in letzter Not, ne? Äh, in letzter Sekunde. Das Note on a table. Read it. Pair, ah, Pair, no. Ah, close, no. Okay. Braucht kein Mensch, oder? Komm ich hin? Ah, ich muss. Ah, ich muss wieder. Ah, ich muss wieder. Manual hier lesen, ne? Du hast für mich. Ah, Speckler. Amo, yes. Ah, ne? Ah, ja, jetzt herbele, ne? Da kann man überall mal zu, ne? Das ist so, oder? Das ist nicht so, oder? Oh, a walkie-talkie. Ist das auch, oder? Das ist walkie-talkie. No walkie-talkie. Ja, ich dachte, das ist ein walkie-talkie. Scheide, oder? Oh, eine Flasche. Oh, was ist das Gemüse hier? Oh, nein. Ah, ich geh nochmal zu der Note. Nochmal lesen. Äh, die. U-Mend, Tangle, U-Mend, C-U-Mend, C-U-Mend. Hold, Shift? Hab ich doch voll. Bin die, oh, konnte ich ja nicht rennen. Tap, Inventory, Close, Inventory. Use Coral. Ah. Hold, Right-Click, Aim. Ah, Left-Click, Attack. Yes. Basel, na. Ah. Ah, ich habe einen Tab. Ah, Equip. Equip. All right. Wir haben uns immer hier, equipt. So, gehen wir doch mal hier, gern mal hier. Unterwegs. Sind wir gern mal unterwegs. Was geht da was unter so an das? A newspaper featuring showbiz is a headline. Ah, weird. Ist da eine Tür? Is a door? Oh, nein. Ich glaube, da bleibt mir nichts anderes übrig, wie wieder rauszugehen, oder? Wir gehen mal nach raus. Oder, oder ist da noch eine Rätsel, oder was? See, that's what a place. Not a fan. You're not a fan from that. Why? Why? Do I have everything I need? Yes, hell out. Ich habe nichts übrig, ich habe mit. Auf jeden Fall können wir mal rennen, ne? Nur nicht die Munition schon am Anfang hier verblendet, ne? Aber hier mal gucken, ne? Ich bin halt so mit der Steuerung hier schon ein bisschen los, ne? Ist das, ne? Foul is out. Yes. Ich weiß halt jetzt gar nicht, wo ich hin soll, ne? Oh. Shit. Oh, shit. This is not good. Help. Oh, Alter, geht's wohl noch rein. It's locked. Da steht er. Da steht einer. Da steht aber einer. Nichts wie weg hier. Ich glaube, wir haben halt die Straße, ne? Äh. Ich glaube halt mal, ne? In der Hoffnung, dass man irgendwo reinkommt. Da sagt er mal nix. Jetzt müssen wir halt wissen, wo wir hingehen sollen, ne? Aber ich glaube, da geht's natürlich auch nirgends rein, oder? Jetzt läuft ja... Jetzt wird's halt dann schon schwieriger, ne? Ja, oh. It's locked. Äh, 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 äh. Verarscht, verarscht, ne? What is this? Ist ja gar nix. Hm. Damn. Hier wird ja überall nirgends reinkommen, ne? Glaube ich ja nicht, ne? Was schon gar nicht, wenn's keine Tür ist, du... Depp. Du schlägst. Du schlägst. Ja, mal weiter da oben. Oder weil vielleicht da hin? Da hinten hin? Äh, ist halt schwierig, ne? Oh. Olga. Olga, hau ab. Ich bin halt nicht so gut mit der Steuerung, ne? Ich bin halt immer schwierig, weil ich so spiele, ne? Kann ich da hin? Ja, ist ja jetzt halt nicht eilig, ne? Jetzt locked. Warum auch nicht, ne? Wann kommt man bei der 1, wo nicht locked ist, ne? Was ist es wert? Really? Holy moly. Komm ich da rein. Jetzt lockt... Die sind ja alle verschlossen, die Tür. Was soll denn da, fool? Jetzt wollte ich mal hier ein bisschen Actionchecksen machen, denn jetzt ist ja alles geschlossen hier. Alter, was ist das Saftladen? Ich wüsste auch nicht, wo ich hingehen soll, ne? Und da sagt immer nichts. Da geht's aber nicht weiter. Damn. Und... Es ist lockt. Shit. Warum ist alles lockt? In diesem... Ja. Warum? Das frag ich mich nicht. Oh, yes. This is correct. The question is very good. Und tschüss. Und tschüss. Oh, 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 oh. Okay, oh. Nices Game. Nices Game, aber... Grad, weil überall irgendwo alles verschlossen ist. Und man muss halt noch viel, viel länger suchen. Aber ihr könnt euch gerne selber runterladen. Aber mir gefällt's wirklich. Grad, weil so an des früheres Silent Hill die Atmosphäre ist schon cool gemacht. Nices Game. I love it. Aber wie gesagt, selber runterladen, selber spielen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen. Würden uns freuen, wenn ihr euch einschalten wollt auf unseren großen Kanal. Bitte für während des Videos schauen wir uns in die Kommentare. Aktiviert die Logo und fassiert kein Abo auf den Köpfen drücken. Press the button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Habt Spaß. Pass auf, ich hoffe. Übertreibt sich. Bleibt gesund. Oh, bis zum nächsten Mal. Wir sagen schönes Video und vielen Dank. Euer Rosti. Thank you. Goodbye. Stay healthy. Dein Leben wird kommen. Bye, bye. Ciao. Ciao.